Mother 2, hier Razor 6-4. Ich habe die Randbezirke eines Dorfes erreicht, etwa zwei Kilometer westlich von Position Overview 2-8. Feindliche Präsenz gesichtet. Ich müsste das Ziel aber unentdeckt erreichen können. Bestätigt, Razor 6-4. Delta 3 müsste die Position in etwa zwei Minuten erreichen. Gehen Sie vorsichtig vor und bleiben Sie uns. Der Feind rechnet mit einem Angriff. Alles klar. Damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play Sniper Ghost Warrior 2. Hier mit mir. Auf gefährlicher Mission. Durch den Dschungel irgendwo. Im Dschungel. Am Wasser. Mit einer schallgedämmten Waffe. Mit zwei schallgedämmten Waffen. Wohlgemerkt. Und wir sind auf gefährlicher Mission. Denke ich jetzt. Ich weiß es nicht. Ich kenne ich nicht. Fuck, wer hat mich denn jetzt wieder gesehen? Junge. Neuversuch. Shit. Nicht jetzt schon wieder. Bitte. Okay, nicht. Hol' ich mir den? 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 Hol' mich. Das hat hoffentlich keiner gecheckt. Nö. Das ist ein Südamerikaner, denke ich. Das checkt keiner. Oh, du hast da einen fiesen Husten. Nö, warst du ein Guzzi. Ein Bom-Bom. Oh, okay. Ich kann mir denken, dass der mich gesehen hat. Er sieht mich jetzt aber auch nicht mehr. Äh, dann weiter. Schauen wir mal. Okay, an den... Ja, wir drücken jetzt nicht. Wir sind ja nichts. Razer-6-4. Ein nicht-identifizierter Konvoi nähert sich Ihnen von außen. Stellen Sie, wenn möglich, Sichtkontakt her und erstatten Sie Bericht. Halten Sie den Kopf unten und seien Sie vorsichtig. Ja, kann ich. Verstanden, Mother 2. Bin unterwegs. Gut, bin unterwegs. Habt's erklärt. Oh, fuck. Wir können nur hoffen, dass der jetzt irgendwo ins Gebüsch geht zum Pinkel und nicht, dass der denkt, der hat uns gesehen. Also der Typ weiß, dass jemand da ist. Aber ich denke nicht, dass er mehr weiß. Oder jetzt weiß er ihn nicht mehr mehr. Das ist natürlich klar. Den da holen wir uns auch noch. Fuck. Jetzt wird... Nein, da ist noch einer. Okay. Jetzt ist da keiner mehr. Boah, ich dachte schon, ey. Dass ich da nicht lebend rauskomme. Okay, der wird gemessert. Denk ich. Realistisches Blut bis zum Geht nicht mehr. Nicht. Ah, ist ja wurscht. Sonst spielt das schon. Kann ich nicht einfach eine Granate da reinwerfen und dann wäre ich die Mission auch geschafft? Ach, naja. Overview 2 8 ist 220 Meter östlich meiner aktuellen Position. 220 Meter? So weit laufe ich den ganzen Tag nicht. Holla. Kann man den irgendwie verscharen oder so? Oh. Wäre mal geil. So wie ein Assassin's Creed oder so. Haha. Shit. Hatte ich wieder Skills bis zum Geht nicht mehr. Wenn man bei dem Aufstieg da schon runterfällt. Ja. Ja, ist gut. Ich bin nicht dumm. Ich verstehe es auch beim ersten Mal. Ach so, ja. Keine Angriffe, solange sie sich vermeiden lassen. Ach, der lässt sich nicht vermeiden. Also ihr könnt es bezeugen, gell? Der war nicht, den konnte man nicht vermeiden. Genau. Hoffen wir mal, dass das keiner gehört hat. Er hat bestimmt mit seiner Frau telefoniert. Oder mit seiner Witwe. Wieder an der Gemäst hat. Jawohl, werfen wir runter. So, jetzt. Sehr schön. Okay. Der zieht automatisch in die Mitte. Um ihre Schüsse zu überküren. Okay, tiefliegt. Verstanden. Ich markiere die Ziele. Okay. Ich sehe dich. Stabschützen sind markiert. Okay. Schicken Sie die Vögel rein. Roger. Die Japs sind in etwa einer Minute da. Ihnen bleiben maximal zehn Sekunden, um die Ziele zu neutralisieren. Zielen wir schon mal, das kann er nicht schaden. Also los, Feuer! Lol. Das sieht so unlogisch aus, aber irgendwie auch geil. Also los, Feuer! Ich könnte mal sagen, er hat etwas von den Schüssen mitbekommen. Wir können loslegen. Es sieht nach irgendeinem Deal aus. Drei schwerbewaffnete Soldaten, ein Vorgesetzter und ein Zivilist. Scheint ein großer Fisch zu sein. Delta 3 wird durchbrechen müssen. Razor 6-4, schalten Sie den Zivilisten und den Vorgesetzten aus. Delta 3, Sie greifen vom Boden aus an. Verstanden. Können wir Razor 6-4? Das Gebiet scheint sicher zu sein. Ja, bleiben Sie trotzdem vorsichtig. Mother 2, hier Delta 3. Wir stehen unter Beschuss. Am westlichen Rand des Feldvorsprungs ist ein Scharfschützer. Nicht mehr lange. BAM. Wir legen los. Danke, Razor 6-4! Ja, ich würde mal sagen, wie es schon geschafft war. Mein Gott, so toll war es jetzt nicht. Aber es war auch nicht so schlimm. Passt schon. Und wem es aufgefallen ist, ich denke, es rauscht weniger. Mein Mikro, weil ich jetzt mit Outer City aufnehme und nicht mehr mit Fraps. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Servus Leute, ihr seid die Geilsten.